Hier haben wir das Hotel Park Plaza Spitz, direkt an der Skischaubar, genau gegenüber vom Hafen. Jetzt gehen wir einfach mal. Matthias, wie gefällt dir dein Geburtstag, dein 31. hier in Mabea? Ja, mein Geburtstag in Mabea gefällt mir natürlich immer einiges besser, wie in Deutschland, da sind die 31 besser zu ertragen. Und? Das Essen, das Trinken, das Hotel, alles super schön hier wirklich und wir wollen natürlich auch hier eine Currywurst essen, aber wir müssen erst die richtige Bude finden dafür. Hier ist dann direkt der Hafen von Porto hinaus in Mabea. Hier stehen jetzt die großen Yachten. Super schön, ein Yachtclub nach dem anderen, eine Bar, ein Café. Es ist fast wie es in San Tropez, bloß dass die Stadt, glaube ich, in der Hafen ist es schön. und wie wir in der Hafen sind, wir wollen hier einen Hafen, eine kleine Honda-Dommer, eine große L bikini machen. Die sind ganz schön, dass die Gäufe von Rüste sind. Das ist der Nostrum, oder? Ja, das ist der Nostrum. Jetzt sind die Gäufe von Rüste. Schau mal die Lady Haya gegen dem. Wahnsinn, ne? Hallo Matthias, du bist super geglättet. Ich bin geflasht, definitiv, ja. Es ist superschön hier, es sind superschöne Boutiquen, superschöne Bars und Restaurants hier. Also man kann in Mabea wirklich den Urlaubstag genießen. Und Geburtstag? Natürlich auch. Ich bin geflasht. Ja, ich bin geflasht. Ich bin geflasht. Ich bin geflasht. Ich bin geflasht. Enhance der Karte. Und ich bin geflasht. Es muss ja auch von Silke sein. Ich bin geflasht. Dann bin ich geflasht. So, Matthias, jetzt mit zwei Schöpfen gehen. Hast du da schon einen Teilchenauszug? Genau. Was denn? Mit viel Glitzer, viel Glitzer natürlich. Oder Niden. So, Goldhörst-Jäckchen mit Niden. Das wär's, aber das ist nicht mehr in deiner größten Tag. Ist leider schon aus. So, Goldhörst-Jäckchen mit Niden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.